Gleich am nächsten Tage ritten sie ab. Sie kamen durch finstere Wälder und endlose Sandwüsten. Sie bestanden vielerlei Abenteuer mit nie gesehenen Ungeheuern, aber eines Tages kamen sie in jenen lichten, freundlichen Wald. Auch jetzt traten hinter den Büschen und Bäumen die zahmen Hirsche hervor. Simrück entdeckte auch sofort seinen Herrn, den verzauberten ägyptischen Prinzen. Faruk-Schad in Hirschgestalt sprang freudig herbei und sank andachtsvoll und verliebt vor der Prinzessin auf die Knie. Faruk-Nas umarmte seinen Hals, küsste ihn auf die Stirn und sagte, Deinetwegen kam ich, Geliebte, ich werde dich befreien. Faruk-Schad schüttelte seinen gehörnden Kopf und stampfte mit den Füßen. Die Prinzessin wusste, was er damit sagen wollte. Sei nicht ängstlich, viel Geliebte. Bedenke, wenn ich nicht zu der Zauberin Mechmerev zergehe, dann trennt uns der böse Zauber für immer. Faruk-Schad der Hirsch gab ihr nun zu verstehen, dass sie ihm folgen solle. Auch wollte er, dass Simrück mitkäme. Als er sich so verständlich gemacht hatte, lief er voraus. Bald fanden sie in der Waldestiefe eine versteckte Hütte. Simrück stemmte sich gegen die Tür und erbrach das Schloss. Da lag seine brave Retterin, die gute Gülners. Sie war an Händen und Füßen gefesselt und mehr tot als lebendig. Jetzt machten sie einen Plan. Gülners und Simrück versteckten sich in der Hütte. Faruk-Schad der Hirsch blieb als Späher im Walde und die Prinzessin stieg auf ihr Pferd und ritt auf einem Umweg, damit die Zauberin keinen Verdacht schöpfte, auf das Schloss zu. Schon von weitem erst später sieht die Prinzessin und fragte mit süßlichem Lächeln, »Wohin des Wegs, du allerschönstes Mädchen?« »Ich suche einen stattlichen Jüngling, Faruk-Nas. Er trägt eine welke Resete an seinem Turban. Hast du ihn vielleicht gesehen?« »Ei, schau mal an, wenn du den schönen Jüngling mit der Resete am Turban suchst, dann bist du bei mir gerade richtig.« Faruk-Nas tat, als freue sie sich über das, was die Frau ihr sagte. Sie wandte ihr Pferd an den Türpfosten und trat in das Schloss ein. Die Zauberin Mechmerev zereilte ihr entgegen und ließ ihr wohlschmeckende Getränke auftragen. Doch die Prinzessin bedrängte sie und wollte schnell wissen, wo sie den schönen Jüngling finde. »Ich will es dir sagen, da du so ungeduldig bist,« erwiderte die Hexe. »Der Jüngling, den du suchst, ist Prinz Faruk-Shad, der einzige Sohn des Königs von Ägypten.« Die Prinzessin sprang auf. »Fort, auf nach Ägypten!« schrie sie und tat, als wolle sie sogleich gehen. »Wartet doch, warte!« »Der Weg ist weit und führt durch endlose Steppen und gefährliche Sümpfe. Böse Räuber werden dich überfallen und in den düsteren Wäldern werden nie gesehene Ungeheuer dich fressen.« »Was soll ich tun?« stammelte die Prinzessin. »Wer kann mir helfen?« »Ich.« »Ich allein,« rief die Hexe, »ich allein mit meinem Wunderpulver. Wenn ich dich damit bestreue, bist du sofort in Ägypten.« Faruk-Nas tat so, als glaube sie alles. Sie bat die Zauberin, sie nur schnell mit dem Pulver zu bestreuen. Leise kichernd ging die Hexe in die Ecke des Zimmers und öffnete eine kleine verzierte Truhe und entnahm ihr ein kleines, schwarzes Seidensäckchen. »Schnell schließ die Augen. Wenn du sie öffnest, wirst du ein Wunder sehen.« Faruk-Nas schloss die Augen, aber nicht ganz. Durch einen kleinen Spalt beobachtete sie, was die Hexe tat. Und als sie mit dem Säckchen näher trat, sprang die Prinzessin zu und entriss es ihr. »Du Hexe, du, ich weiß, dass du die böse Zauberin Mechmerevza bist. Du hast den ägyptischen Prinzen und auch die anderen hundert Prinzen und Prinzessinnen in Hirsche verwandelt.« Die Zauberin stieß einen fürchterlichen Schrei aus. Wütend stürzte sie sich auf Faruk-Nas und wollte ihr das Säckchen entreißen. Sie riss so heftig daran, dass sich das Säckchen öffnete und etwas von dem bösen Zauberpulver ihr ins Gesicht flog. Schon war sie in einen Hirsch verwandelt. Aber dieser Hirsch war anders als die anderen. Er hatte fleckiges Fell wie eine Hyäne und ein böses Wolfsgesicht. Mit schrecklichem Gekreisch stürzte er aus dem Schloss in den Wald hinein. Die vor dem Tor versammelten verzauberten Prinzen und Prinzessinnen gaben ihm erschockend den Weg frei. Er fand dort auch wirklich das weiße Säckchen, band es auf, stellte sich vor das Haus und bestreute mit dem Pulver der Reihe nach die Köpfe der Hirsche, die sich herandrängten. Das war ein Wunder, wie es noch keiner gesehen hatte. Die Hirsche verwandelten sich in schmucke Prinzen und schöne Prinzessinnen. Aus der Reihe der Prinzen trat der Hunde, Farukshad, der Sohn des Königs von Ägypten. Er stellte sich neben die schönste Prinzessin und das war Farugnas, Tochter des Königs von Kaschmir. Der Prinz griff an seinen Turban und reichte die verwelbte Resede seiner Geliebten. Sie löste von ihrem Busen die welken Blumen und steckte sie dem Prinzen an den Turban. Und siehe da, ihre Säde und die Wiesenblumen blühten wieder auf, als wären sie soeben gepflückt worden und nicht vor tausend und einem und noch vielen, vielen Tagen. Unterdessen hatte jeder der hundert Prinzen seine Prinzessin gefunden. Sie bedanken sich von ganzem Herzen bei Farugnas und jedes Paar brach nach seinem Land auf. Doch auch Simurg, der treue Waffenträger, blieb nicht einsam. Gleich auf der Stelle dort bat er Gönes, die gütige Schwester der Zauberin, die ihn errettet hatte, seine Frau zu werden. Zu zweit brachen sie nach Ägypten auf, um dem König die Nachricht von der Errettung des Prinzen Farukshad zu bringen. Prinzessin Farugnas und ihr Geliebter ritten eilig nach Kaschmir, um die verängstigten Eltern zu beruhigen. Nachdem sie sich alle gefreut und gewundert hatten, sprach der König zu Prinzessin Farugnas, Weißt du, meine Tochter, dem Glück zu danken hast? Deiner Amme Südnimene, hätte sie dir nicht tausend und einen Tag Märchen erzählt? Doch ahnungslos in das Schloss der Zauberin möchte Merefze ein anderen hundert Prinzen und Prinzessinnen teilen müssen. Eine kluge Frau ist eine Amme. Welch ein Glück, dass sie so viele Märchen kennt. Sie reichten genau für tausend und einen Tag.